Wir sind auf dem Weg zum Huangnam Kiao Waterfall, hier durch den Dschungel auf Kukut. Der Dschungel an sich ist schon Experience. Das ist der Weg hier runter zum Wasserfall. Wir haben jetzt Ende Januar und der Wasserfall ist nicht mehr so voll. Ich denke, es ist besser, wenn wir im November hier gewesen wären. Es gibt wohl einen Wasserfall auf dieser Insel, der das ganze Jahr über voll sein soll. Da fahren wir wahrscheinlich auch noch mal hin. Aber hier könnt ihr gleich mal sehen, da kommt nicht mehr viel Wasser runter. Hup, aber Wasser auf mich, ja? Ja, der Dschungel ist geil hier, auch wenn der Wasserfall leer ist. Kann man hier schön rumklettern auf den Stein. Da vorne kommt ein bisschen was runter. Und ja, hier gibt es immer was zu sehen im Dschungel. Das ist das einzige Gym, das hier auf ganz Kukut. Die ganze Insel hat nur dieses Gym. Aber es ist okay. Wir haben ja eigentlich fünf Tage genug geduft. Jetzt haben wir verlängert. Wir bleiben noch ein paar Tage länger. Aber man kann die Zeit überbrücken, indem man sich hier ein wenig körperlich aktiviert. An diesem Gerät zum Beispiel Kniebeugen, Bandrücken, Kreuze, alles möglich. Alles nur mit einer Übung. Guck mal, was man damit alles machen kann. Ah, Trizeps, Bandrücken. Ne, echt. Also es ist okay, das Gerät kann man echt benutzen. Du bist aber sehr dunkel geworden mittlerweile. Bitte? Du bist aber sehr dunkel geworden mittlerweile. Das Stein ist noch dunkler als ich. Aha, aber es ist nicht mehr viel Unterschied. Nein, da vorne haben wir noch eine Crunch-Maschine. Hinzugständer, Wirtmaschine mit Dingsbums hier. Wie heißt das denn? Für Toast-to-Bars beziehungsweise Hanging Leg Raises. Also man kann sie über Wasser halten hier, sage ich mal. Und das Positive ist, es ist eigentlich kostenlos für die Einheimischen. Aber man sagt uns, man müsste als Tourist 20-Batt bezahlen. Können wir uns gerade so noch leisten hier auf Kukut. Auch das werden wir verkraften, ja. Naja, der Junge schläft mal wieder. Ist ja auch schon dunkel draußen. Was wünschst du dir denn zum Geburtstag Anja? Alles. Ein Haus auf Kukut. Okay. Mit Kuhlen, mit Angestellten, mit Köchen, mit Putzfrauen, mit einfach allem. Und einem Privatstrand. Das wünsche ich mir. Oh Mann, wie soll ich das besorgen, nur innerhalb der nächsten drei Tage? Ja. Sag es mir. Es ist einiges zu tun. Ich würde an deiner Stelle nicht zu langen. Du meinst an deine Baubügung jetzt. Ja. 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 Ja, Anja macht ja einen auf Trainer in Thailand. sehr gut es wurde heute einen italiener empfohlen hier auf kukut der beste der uns angeblich den werden wir jetzt mal testen unser essen ist schon gekommen weil hier ist alles sehr hochpreisig sehr hochpreisig wie teuer war das essen jetzt hier die nudeln glaube ich 490 und diese pizze 390 das ist schon die getränke liegen bei 50 watt total da muss schon was geliefert werden ca 12 euro pro gericht das ist für thailand mega teuer ist für deutschland ja ja ich muss sagen die thaler nicht verhältnis über die pizza ganz gut die besitzer sind wohl hierhin ausgewandert hier ist alles italiener einer von denen kommt vom gardasee ich denke mal wenn man so einen schuppen aufmacht hier so ein special ding irgendwie dann kann man hier echt coole machen auch im landesinnere dann setzt man sich auf dem scooter fährt dahin die leute kommen schon